Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance, mitten in einer schwerwiegenden Entscheidung, ob jemand sterben oder leben soll. Und ich sage, er kommt mit mir. Er kommt mit mir. Er ist Herrn Ratzigs Gefangener und nur er hat das Recht zu entscheiden, ob er leben darf oder nicht. Ich scheiß auf dich und Herrn Drecks Ratzig. Der Scheißkerl hat meinen Jungen umgebracht und dafür mache ich ihn kalt. Dann musst du erst an mir vorbei. Oh, willst du dich prügeln? Er hat seine Austausch wieder hergestellt. Kleine Pottsau. Ich kann nicht gewinnen. Scheißkerl. Der lädt sich einfach wieder auf. Oder er hat einfach ein bisschen mehr Leben. Kurva fix. Kurva fix, du dich auch. In die Ecke mit dir. Spezial-Trick Nummer 10. Einfach immer gegen die Wand schubsen. Postkampf. Yay. Du hast keine Chance gegen meine Cheater-Tricks. Easy. Ich bringe dich nach Rattai. So, okay. Den haben wir auf jeden Fall schon mal gerettet und dann untergebracht. Sehr schön. Es vergeht keine Uhrzeit. Seltsam. So, er erstattet Herrn Ratzig beim Aussichtspunkt in Thallenberg Bericht. Ist er jetzt hier drin irgendwo hoch? Wie gespeichert. Wird hier gar nicht. Schloss knacken. Befreien wir ihn? Mal gucken, was passiert. Spiel ist ja eh gespeichert. Ach, verdammt. Oh, ich hatte es doch. Was ist los, Junge? Musst du kacken? Ist das dein Ernst? Ja, lass mich durch. Mal gucken, was er noch so bei sich hat. Aha, eine Fackel. Was zum Teufel? So, was darfst du nicht bei dir führen? Hey, pass auf. So, Herrn Ratzig, ich komme vorbei. Wir klären jetzt die Lage. Wo ist denn der jetzt gerade? Wie? Wie der ist da? Ach so, das ist die andere Quest. Ich verstehe, Quizlog. Warte, bis sich da geklärt hat. Ich habe die kranken Bruder Nikolaus kümmern sich jetzt um sie. Wir müssen abwarten, um zu sehen, ob es Heilmittel wirkt. Dem, dem Typen hast du ja geholfen. Sprich mit Matthias. Mit dem müssen wir auch noch reden. Ja gut, Ratzig ist eh hier oben, ne? Gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Aber es hat nichts Besseres zu tun. So, okay. Sprechen wir mit Matthias. Pferdehändler. Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Kann man so sagen. Ja, so in der Art. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Freut mich jedenfalls, dass du Arbeit hast. Viele unserer früheren Nachbarn müssen betteln gehen. Wenn nicht du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Dir geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Kennen wir doch schon. Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh. Und jetzt die Leute. Scheiße. Wie geht's dir? Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf. Mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen. Aber besser der Arm als der Hals. Der Überfall. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Ich hörte, ihr habt einen geschnappt. Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Hab ich schon. Ja. Der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune. Aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst. Und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melichar hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Ich verstehe, dass Stroh Rache will. Ich verstehe ja, dass der alte Stroh Rache will. Aber zuerst muss ich den Schurken verhören. Was danach geschieht, juckt mich nicht. Dann viel Glück. Zu spät. Ja, komm. Das hat keinen Sinn. So, okay. Da haben wir überall Blümchen. Johanniskraut. Gehen wir zu Rhein-Ratzig. Und es kann gut sein, dass jetzt die letzte Folge ist, bevor ich dann doch anfange, langsam mal ein bisschen für mich selber wieder zu spielen. Ein bisschen Tränke zu brauen und so. Um das Ganze ein bisschen voranzubringen. Kräuter zu sammeln und so'n Scheiß. Alles das, was im Let's Play verdammt langweilig ist. Was aber zum Spielen echt lustig ist. Hoppla. Hallo, pass auf, was du da treibst. Wir gehen Leute. Ja, es tut mir leid. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ereignisse in Merhojet. Ich bin aus Merhojet zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nicodemus und Johanka aus Skarlitz. Glücklicherweise gelang es Nicodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribuslawitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhardt. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Roffner. Und dieser Menhardt sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhardt in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Mach's gut. Was denn? Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt. Dann werden wir sie uns vorknöpfen. Ja, Herr. Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Karpon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich her. Viel Glück. Ich mag dich immer noch nicht. Fragen und Antworten. Plus Stärke, Hauptstufe. Ja, nichts. So geht das. Kann ich schon ein Packesel machen? Es gibt ja einen weiteren Packesel. Bollwerk. Eng umschlossen. Deine Ausdauerregulation ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Ausholen mit deiner Waffe. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer deines Gegners schwächen, indem du ihn beim Sporten anrempelst. Äh, ja. Auch eng umschlossen. Fragen und Antworten abgeschlossen. Oh. Wo ist denn hin? Alles, was glitzert. Okay. Questlog. Alles, was glitzert. Ähm. Ich fand das Lager. Begib dich zu jedem Ort, an dem die gefälschten Münzen übergeben werden. Okay. Das ist wo? Bei Raufner. Das klingt gut. Ich will da doch nur hinreisen. Wie, von hier aus kann ich nicht schnell reisen? Willst du mich verarschen oder was? Au. Was soll denn das? Ich hab Leben verloren. Heilige Scheiße. Der hat mich angerempelt. Jetzt weiß ich, warum die Leute immer so wüten auf mich sind, wenn ich sie anrempel. Alter, das tut ja weh. Krass. Ja, cool. Nimm bloß den langen Weg. Und dann warten wir halt noch bis zum Tagesanbruch. Eigentlich müsste ich wieder was essen. So und ab. Richtung Quest. Kann ich hier auch irgendwas ausbuddeln? Mal so gefragt. Schade. Ich hab mich gefreut. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt anschleichen soll oder ob ich aggressiv reingehen soll. Ach du Scheiße. Muss das Gestrüpp hier sein? Dabei wäre das schon eine schöne Abkürzung gewesen. Ach ja, ich hab Hunger, ne? Habe ich noch was zu essen dabei. Könnten wir ein bisschen Bier reinzwitschern, ne? Unbekannter Trank. Keine Ahnung, was es gebracht hat, aber... Egal. Ich zieh mir sowas rein. Nur so entdeckt man alles, so. Das ist nicht gut. Was für eine Sauerei. Wächter. Ist das Kohle, die ich auch sammeln kann? Holzkohle, ja. Bisschen spät wie die Holzkohle, aber ich nehm sie mit. Sieh dir an, der Kreuzung in der Nähe von Rochnerum. Erstmal wird hier geknackt, Freunde. Erstmal wird hier geknackt. Hehehehe. Der Meister Dieb. Bürgerschwert, der interessiert auch gar keinen Händlerschwert. Toll. Nur Scheiße drin. Sie hatten es wohl eilig. Sonst hätten sie etwas so Wertvolles nie zurückgelassen. Hey. Ja, ich mein, da sind ein paar wertvolle Sachen drinne. Jetzt aber... Das ist jetzt nicht der Hit, ne? Ja, die Beinlinge sind noch... Okay. Wenn ich mir so meine Beinlinge angucke. Ich glaub, das sind die Beinlinge, die wir hier haben, sogar besser, ne? 1931? Ne. Naja. Haben wir wenigstens was zum Verkaufen da. Okay. Ich hab keine Pfeile drin. Hier wurde jemand verwundet. Scheint, als hätte ihn jemand weggeschafft. Hattet jemand was zu essen dabei? Wieso haben die nichts zu essen dabei? Dann muss ich gleich ein paar andere Leute töten. Folge der Blutspur. Okay. Nichts leichter als das. Da ist noch ein Wagen. Ja, die Blutspur hört ja doch irgendwie hier auf, ne? Ist nur die Frage, ob er hier irgendwie lang gegangen ist. Hier sieht das schon ziemlich so ramponiert aus. Jetzt wäre er hier lang. Ja. Ich seh hier kein Blut mehr. Ich weiß nicht, ob das normale Leute sind oder ob die mich gleich töten wollen. Da muss ich ein bisschen näher rangehen. Lager entdeckt. Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Oh. Dankeschön. Beste Grüße. Was ist bei der Kreuzung vorgefallen? Was ist an der Kreuzung geschehen? Was für eine Kreuzung? Was redest du da? Hör mal, Freundchen. Nicht schwer zu erraten, was passiert ist. Hör mal, da liegen Leichen auf der Straße und ein geplünderter Wagen. Und die Spur führt geradewegs hierher. Ihr scheint anständige Leute zu sein und keine Halsabschneider. Ich will euch erst einmal glauben, dass ihr nichts damit zu tun habt. Aber. Wenn ihr mir jedoch nicht helft, könnte ich meine Meinung ändern. Ich weiß von nichts und hab auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Boris. Wer ist dieser Boris? Boris schwingt dir die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Okay. Boris erschießen. Boris. Oh, Boris. Wo bist du? Boris? Was ist das? Ein sehr auffälliger Hügel. Ich wette, den hab ich irgendwo mal umgebracht. Die Chäschen seh ich. Du gehörst mir. Kaboom. Oh, okay. Hab schon mal besser geschossen. Alter, jetzt bleibt er stehen. Ha! Headshot vom Weiten. Ein Kilometer Entfernung. Ernsthaft? Ach komm, das ist ein billiger Hase. Noch näher kann ich wirklich die... Niemand hat das gesehen. Alter, du willst mich doch verarschen, Hase, oder? Schau mir ins Gesicht, wenn du stirbst. Was ist hier los? Ich treffe den nicht. Headshot. Ich bin Sniper. Das war ganz, ganz weit weg. So, wo ist jetzt dieser Boris? Stimmt, da war Kohle. Oh. So kriegt man also Kohle. Eigentlich sieht mich ja niemand, ne? Somit hab ich auf jeden Fall ein bisschen Kohle gemacht. Hier ist aber kein Boris. Nur du bist hier. Alles Gute. Hä? Er ist der Einzige hier. Mit den Hühnern zusammen. Bist du Boris? Moment, du hast ne rote Kappe. Der verarscht mich doch, oder? Du bist hier verdammt nochmal alleine. Da ist noch ne Hütte, ja. Halt auf euch zu bewegen. Ja, klar. Ich wollte da ja nur rüberkommen. Ich hab's drauf, Freunde. Ich hab's drauf. Boris? Du hast keine Kappe auf dem Kopf. Gott sei mit dir. Mach's gut. Wo ist denn dieser Boris? Ich fühl mich hier verarscht. Wo ist denn Boris? Wo ist denn Boris? Wo ist denn Boris? Wo ist denn Boris? Hä? Ich hab das Gefühl, dass ich ihn schon mal getötet habe. Ah, ich hab hier ne Questmarkierung. Stimmt. Ich muss besser zielen, denn ich hab schon lange nicht mehr geschossen. Der hat weiße Augen. Ist das gruselig. Alter, jetzt hat er gar nichts mehr. Einfach der Questmarkierung. Hat der Hase gerade ein Geräusch gemacht? Das war gruselig. Herr Kühler, Herr Kühler. Da. Hier ist er wo. Gott sei mit dir. Der Überfall. Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Ja. Ist das ein Problem? Denkst du, ich hätte Angst vor dir? Bist wohl eher von der widerborstigen Sorte, was? Kann sein. Pass auf, du Kraftmeier. Fang an zu reden, wenn du nicht willst, dass ich dir dein Grinsen aus dem Gesicht wische. Ja, natürlich. Jeder weiß doch, dass Kühler Langfinger und Halsabschneider sind. Aber ich sag dir, so war es nicht. Ich höre dich gerne an. Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich? Er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem heiligen Bild. Hat uns angefläht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Wer hat den Wagen überfallen? Weißt du, wer den Wagen überfallen hat? Kein Schimmer. Wir kamen später dazu. Hat er was gesagt? Hat er euch etwas erzählt? Er war nicht gerade redselig. Mit durchlöcherter Lunge spricht sich schlecht. Ich möchte mit ihm sprechen. Wo ist er? Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Das haben wir schon durchgekaut. Ja, ja. Beruhige dich doch. Hier. Nimm den Schlüssel. Danke. Alles Gute. Boris Schlüssel. Gut, den Bogen brauchen wir anscheinend nicht. Sehr leicht verschlossen, Doll. Wo ist der Zweite dieser Sorte? Jetzt sind wir ganz allein. Wer bist du? Rede, dann lasse ich dich am Leben. Tu, was ich sage. Und du kommst dir vielleicht lebend raus. Was? Was soll das heißen? Mach dir keinen Kopf. Beantworte einfach meine Fragen und vielleicht helfe ich dir. Na, wenn du das sagst. Für wen arbeitest du? Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Mehnhardt. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Hm. Und wohin ist dieser Mehnhardt verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und er ist hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Er ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Was war auf dem Wagen? Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Mehnhardt nie gefragt. Erzähl mir mehr über den Ritter. Erzähl mir mehr über den Ritter. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Ich schwör's. Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke? Da hinterm Schuppen. Das seht ihr. Das muss dieser Ritter sein. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Nein. Das ist ein alter Mann. Halt! Bleib sofort stehen! Ist das nicht... Ja! Go, go, Power Rangers! Wir haben das schnellere Fiat. Okay, das ist nicht leicht. Verdammt, ey. Kannst du nicht auf dem Weg reiten? Es ist da... Wie schnell ist denn der Typ? Da, ich sehe ihn wieder. Ja, reite auf dem Weg. Gerade eben warst du noch scheiße langsam. Okay, ich muss in meinem Fall den Bogen einstecken. Dann bin ich vielleicht schneller. Bleib doch auf dem Weg, verdammt. Okay, er bleibt auf dem Weg. Alles gut. Ich dachte schon. Ich bleib an jedem scheiß Eck... An jeder scheiß Ecke hängen. Ach, schon wieder. Es ist schieten. Ist das nicht hier der Typ... Wie hieß der noch gleich? Von Redtail. Der Typ, der mich trainiert hatte am Anfang. Oder ist das der alte Mann von... Von... Von der... Ersten Burg, die wir da betreten haben. Wie hieß die noch gleich? Ja. Wo will der Typ hin? Ich muss mal kurz Ausdauer regenerieren. Ja. Okay. Jetzt reiten wir noch mal ein bisschen schneller. Holen wir einen Pfeil und Bogen raus. Oh Gott, das ist schwer. Das gibt's doch nicht! Voll runter! Na komm! Ein bisschen näher ran. Ein bisschen näher ran. Ach, der setzt ganz schön zu... Alter! Alter, was ist denn los mit dem? Der dreht durch! Ich darf wohl nicht zu nahe kommen, sonst beilt er sich ein bisschen. Aber ich kann ihn auch irgendwie nicht treffen. Erbkürzung! Ach du Scheiße, vielleicht auch nicht. Ach du Scheiße! Ja! Nein! Du dreckiges Pferd, du! Ja! Verflucht! Aber ich schätze, es macht nicht, solange er zum Sarsauer Wirtshaus zurückkehrt. Ja! Ja! Bullshit! Ich und meine Kack-Abkürzung! Ja! Ey, das ist voll die Abkürzung! Die sollte ich nehmen! Ist klar, ey! Ach, Mann! Oh, ist das bitter! Oh, ist das bitter! Egal, wir werden bis hierhin gelaufen, wahrscheinlich, ne? Ja gut, egal. Äh, gehen wir da hin. Ab zum Kloster, yay! Ich liebe dieses Kloster. Ah, hat sich das durch die Abkürzung genommen. So ne Scheiße. Egal, das wäre ein ganz schön langer Ritt gewesen bis hierhin. Vielleicht haben wir das Ganze auch abgekürzt. Das habe ich alles fürs Let's Play gemacht, damit alles nicht so lange dauert. Und das Kloster mag mich schon wieder ein bisschen, cool. Nice. Ja gut, Freunde, aber das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder mit dem geheimnisvollen Ritter und was es mit ihm auf sich hat. Haut rein, euer Zero. Tschüss!